Yo moin, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von MindCity3, ich bin hier noch gerade komplett am kommunizieren mit den ganzen Leuten, mit den Schildern, wir haben einige neue Leute hier, es geht aber gleich los, wo könnte ich bauen, ich habe dich doch gerade gefragt, was du bauen möchtest, okay, immer diese Fragen, alles klar, was bauen, so. Einmal frage ich dich noch, was du bauen möchtest, weil das muss ich wissen, weil es gibt ja vier Bereiche, ne, es gibt sogar fünf Bereiche, ja Leute, haltet euch fest, diese Folge wird richtig krass, wir haben so viele neue Sachen sind hier entstanden, so viel, davon weiß ich noch nicht mal von einigen Sachen, deswegen lasse ich mich gleich auch mal überraschen, und übrigens, wir haben es gerade morgens, das ist jetzt gerade die erste, äh, hä, what the fuck, wo ist der hin? Hä? Merkwürdig, okay, der muss sich im Auge behalten, auf jeden Fall, ähm, ja, gibt es sehr viel wieder zu zeigen, ist schon krass, was alles entstanden ist, ich war nämlich letzte Tage irgendwie ein bisschen länger AFK, und da haben die Leute gebaut wie die Wilden, deswegen schnappen wir uns heute mal viele rote Balken, fangen auch direkt schon mal hier an, würde ich mal sagen, hier vorne, ich weiß gar nicht, was das hier sein soll, schauen wir mal, sind echt auch weitläufig, auch weiter entfernt von dieser, von diesem Zentrum, haben die Leute auch schon wieder richtig gut gebaut, Easy, was? Easy Gamer, roter Balken? Ne, ne, zweimal wird das hier nicht vorgestellt, du kleiner Cleverer, nur einmal, will das, will das auf beiden Kanälen wahrscheinlich sehen, aber nicht schlecht, okay, ja, passt gerade noch so in die Stadt rein, so, So, sieht aus wie so ein Öko-Haus, so ein bisschen mit Holz, ach, so, Pailin war das, okay, und AJ, ach, ihr habt zusammengebaut, alles klar, oh, hier ist ja noch nicht mal eine Einrichtung drin, Leute, das ist aber nicht, das ist aber schwach, Hochhäuser müssen nicht eingerichtet werden, das ist ja klar, weil die auch zu riesig sind, zu groß, zu viel Arbeit, aber so Wohnhäuser, die könntet ihr doch schon mal einrichten, ist es ja nicht schwierig, könnt ihr ja nochmal nachholen, also, es gibt hier halt nicht zu viel zu zeigen, hup, zack, da können wir mal wieder rausgehen, das war eine schnelle Vorstellung, ach, zum Glück ist wenigstens eine Tür drin, gut, Ein bisschen mehr Mühe geben, das wäre schon richtig nice, okay, was haben wir denn hier, das steht doch auch schon länger hier, so, zack, einmal abbauen, ich weiß gar nicht, wem das alles hier noch gehört, das ist so, ach, Leute, hier kommen so viele Leute auf die Map, ist da der Haupteingang, ich vermute mal nicht, weil da kein Schild dran steht, ich hoffe, hier steht ein Schild dran, wer es gebaut hat, Oh, hier steht auch nichts dran, dann darf ich gleich mal raten, deswegen, ihr müsst bitte, ähm, Schildern, war hier was kaputt? Äh, Schildern eure Häuser bauen, damit ich direkt Bescheid weiß, was, wer das hier gebaut hat, T-Shirts, ach, das ist so ein, oh, das sind ganz schön coole Regale aus Türen, Ach, so, Schwarzzeichenholz-Falltür, ja, nach dem Update gibt es neue Falltüren, sieht ganz cool aus, so eine Garderobe, was stand da? Auch T-Shirts, so ein Lager ist das hier, ne? Eigentlich ganz cool gemacht, schade, dass hier kein Name dran steht, so ein Lager, Uh, nice, okay, boah, es ging auch schnell, Leute, da gibt es halt nicht so viel zu zeigen, ne? Dann, gucken wir mal weiter, ist echt so viele neue Baustellen entstanden, den habe ich, das habe ich schon mal gezeigt, den habe ich auch schon mal gezeigt, ich bin da nur nicht reingegangen, alles klar, so, gucken wir mal, Okay, wir können ja, ach, das ist so ein Wohnmobil, ach ja, stimmt, hier war ich gar nicht drin, ne? Okay, äh, ja, kann man machen, auf jeden Fall, ist aber auf jeden Fall nicht schlecht eingerichtet, muss ich dazu sagen, Alter, zack, boah, sind aber schnelle Vorstellungen bis jetzt gerade, es ging ja hier rucki zucki, Oh, ich brauche eine Kerze, ach, eine Kerze, eine Fackel, Leute, eine Kerze, äh, ja, nehmen wir mal die Kerze hier, die sieht sehr schön aus, die Kerze, die Geburtstagskerze kommt hier oben drauf, Und zack, wird das weggerissen, so, ja, es ging ja auch recht schnell, rucki zucki, da hinten, was haben wir da hinten? Da ist der Westernbereich, der Pfeil, und, oh, hier ist aber auch was Schickes entstanden, oh, Oh, das sieht geil aus, voll die Wohlfühloase, hat irgendwas, ne? Hier, der Westernbereich, der wird auch schon so ein bisschen angefangen zu bauen, ich finde das gut, Ach, ich lasse mich überraschen, hier gibt es so viele coole Sachen mittlerweile, auch krass, was die Leute von Hochhäuser auch gezogen haben, Vielleicht kann ich euch gleich nochmal ein, zwei Hochhäuser zeigen, die so unnormal groß geworden sind, Was ist das denn für eine schöne Wohlfühloase hier? Wird das gebaut? Haus von Bobblebob, gebaut, 19.9. Oh, okay, das ist ja gar nicht mal so lange her, sieht aber ganz, ach, guck mal, wie schön er das gemacht hat, hier mit den Korallen, jetzt hier, Hat sich hier auch Korallen verbaut? Boah, also hier würde ich mich irgendwie wohlfühlen, das gefällt mir ganz gut hier, Wie so eine Art Dschungelhaus, so ein bisschen, guck mal, meine Map ist schwarz, alles gelöscht, und wieder alles da, Ja, hat so ein bisschen Baumauscharakter, Aber auch cool gemacht, hier so das Äußere, Klar kann man sich jetzt streiten, ob das in die Stadt gehört, aber ich finde doch, Das kann man auch akzeptieren, Es ist ja auch farblich jetzt nicht so übertrieben bunt oder so, auch hier mit Wasser alles gemacht, Oh, schön, schön mal auch so viele Bäume zu sehen, vor allen Dingen, cool, dass du auch Dings gemacht hast, hier, äh, Ähm, hier, Palm, hatte ich ja gesagt, wenn ihr Palm baut, wäre es schon richtig nice, Joa, doch, schönes Häuschen, ist mir gar nicht aufgefallen, dass das jemand hier gebaut hat, Okay, der Future-Bereich ist noch im Bau, da ist noch nichts Neues entstanden, oder was ist das da, ist das so ein Balken dahinter? Ah, ne, das ist so ein Beacon, Bitte Leute, wenn ihr diese Beacons baut, hier, diese Leuchtfeuer, ne, die nach oben zeigen, Bitte dann nur im, ähm, Future-Bereich, Weil das passt da am besten hin, im Stadtbereich passt das nicht so wirklich, So, dann fliegen wir mal weiter, überall noch Baustellen, 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 Hier sogar ein Fortnite-Bereich, da bin ich auch mal gespannt, was das wird, Da hinten wird auch schon wieder Verrücktes gebaut, Oh mein Gott, wir können ja mal kurz hinfliegen, Was verrückt, dass hier alles gebaut wird, Okay Wird so eine kleine Rundum-Tour, hier, der Dings-Mittelalter-Bereich, der eskaliert auch ganz schön, Der Mittel-Bereich, äh, blablabla, ja, sehr schwieriges Wort, Mittelalter-Bereich, So, da hinten baut zum Beispiel Macy, Ich möchte da noch nicht so viel von zeigen, Macy baut da, hier, Honey baut hier, ach, hier entstehen viele coole Sachen, Das wird richtig geil aussehen, so ein Mittelalter-Bereich, Schön, Alter, Mason, was hast du denn hier gebaut, Hier hätte auch schon irgendwas angefangen, dass du so weit gekommen bist, wusste ich jetzt auch nicht, Okay, kann man machen, ne, Hey, Maurice Wico, was geht ab bei dir, Ach, okay, ja, komm, dann zeigen wir mal das Hochhaus, Wovor ich gerade gesprochen habe, da zum Beispiel, Seht ihr das schon in der Ferne, wie riesig das auf einmal wird, Der ist doch unnormal, Guckt euch, dass man wie viel, Wie viele Fenster hier reinhauen müsste, Aber ist cool, Der hat hier sogar so einen Eingangsbereich gemacht, Ah, der hat viel vor, auf jeden Fall, Maurice Wico, Auch mit dem Zaun und so, Das wird geil aussehen, Leute, Das wird ein schönes Objekt werden, Alter, Wie hoch, Leute, Ja, das habe ich geschrieben, Du bist verrückt, habe ich zu ihm geschrieben, Weil, Weil er so krass baut, Was, Der Black Easy Tower, Okay, Ja, ich glaube, Easy war das jetzt nicht zu bauen, glaube ich, ne, Da hinten steht auch noch so ein riesen Klotz hier, Wow, Komm, wir fliegen mal ein bisschen hoch, Da kann ich euch mal ein bisschen von oben zeigen, Dann habe ich auch eine Übersicht, Was hier noch alles so in den Ecken verteilt ist, Gut, Guck mal, so schön mit so einer runden Kuppel, Also gefällt mir persönlich ganz gut, Alter, Wie hoch, Und da haben wir auch wieder was, Was ist das denn, Das sieht auch geil aus, Alter, Ach, Das hat Easy Gamer, glaube ich, Schon mal gezeigt, Diese kleine Ecke hier, Wo er dachte, Das wird ein Stadion, Da, Easy Gamer, Da wusste ich schon direkt, Das kann nicht sein, Guck dir mal das kleine Grundstück an, Aber, Heftiges Ding, Das muss ich mir mal kurz von der Seite angucken, Was ist das für ein krasser Baustil, Wow, Das wird auch ein schönes Teil, Wenn das fertig ist, Oh, Wir haben einen roten Balken, Oh, Der ist sehr hoch, Nicht so hoch machen die roten Balken, Bitte, Was ist denn das überhaupt hier, Ach, Eine Tankstelle, Aral, Okay, Schauen wir doch mal, Das sollen die Zapfsäulen wahrscheinlich sein, Könnte ein bisschen detaillierter sein, So mit Schildern, Wo zum Beispiel super draufsteht oder so, Oder farblich noch ein bisschen schicker, Aber so vom Stil, Sieht das eigentlich ganz gut aus, Okay, Hier haben wir, Äh, Das sieht ein bisschen unfertig, Hier so ein bisschen aus, Hier hätte ich noch ein paar Sachen reingemacht, Ach, Hier fehlt gar kein Fenster, Ach, Okay, Hier kann man hingehen abends, Und dann kann man sich hier was bestellen wahrscheinlich, Hier fehlen irgendwie die Türen, Drinnen, Ich passe hier gerade so mit meinem Kopf rein, Seht ihr, Also, So ein 2 Meter Fuchs hat hier Probleme, Da bleiben die Ohren, Da oben stecken wahrscheinlich, Okay, Juh, Da ist die Kasse, Da kann man auf jeden Fall mehr raus machen, Aber an für sich, Tankstellen sind cool, Wir können auch mehrere Tankstellen bauen, Das ist kein Problem, Wenn ihr eine Tankstelle bauen möchtet, Könnt ihr das gerne tun, Die Map ist so groß, Oh, Da haben wir auch noch einen roten Balken, Der ist auch schon ein bisschen länger da, Den wollte ich auch schon, Jetzt öfters mal vorgestellt haben, So, Nimm ich mal wieder hier meinen, Ne, Nicht meinen Hebel, Äh, Wo ist meine Kerze, Da ist sie, Meine Fackel hier, Ich nenne es immer, Kerze, Ich weiß nicht warum, Es sieht irgendwie so aus, Wie so eine Kerze, So, Das soll glaube ich eine Villa sein, Schauen wir uns das mal an hier, Hier waren doch irgendwo noch Autos, Ne, Ah, Okay, Da hat er seine Autos, Komm, Gucken wir uns hier erstmal an hier, Von hier fängt es ja an, Es ist wohl alles noch so ein bisschen im Bau, So wie es aussieht, Aber wir können ja schon mal das Haus vorstellen, Wenn er schon mal einen Balken drüber gemacht hat, Dann machen wir das mal, Ah, So zwei fette Sportkarren hier, Leute, Der hat aber Kohle hier, Okay, Das Haus hat eine interessante Form, So ein bisschen Wellen mäßig, Wenn man so guckt, So, Ich muss jetzt mal gucken, Wo man hier unten reinkommt, Ich denke mal, Hier unten muss irgendwo ein Eingang sein, Wahrscheinlich hier, Ach, Guckt euch das mal, Oh, Der grüne Teppich, Okay, Dann mal rein in die kleine Hütte, Oh mein Gott, Hier hat er aber viel Kuchen, Hier fresse ich mich mal kurz durch, Meine Güte, Bin ich einen großen Mund, Was steht da, Für Screenfall und Easy Gamer, Oh nein, Easy Gamer, Ich hab da Kuchen mit aufgegessen, Oh nein, Oh nein, Guck mal, Hier ein Apple PC, Das finde ich immer cool, Dass man das so bauen kann, Hier in Minecraft, Das ist echt geil, Ein Apple PC oder ein Apple Laptop, Auf jeden Fall richtig nice, Guck mal, Tisch schön mit Schildern rumgezogen, Oh, Schöne Sitzecke, Komm, Dann gehen wir mal nach oben, Was ist denn das für ein krasses Regal, Hab ich so noch nie gesehen, Kann man aber auch machen, Schlafzimmer, Du hast überhaupt kein, Du hast überhaupt kein WC, Keine Toilette, Oder? Tatsächlich, Küche, Wohnzimmer, Oder hab ich hier was vergessen, Hier ist, Guck mal, Tresor direkt neben dem Bett hier, Da packt er bestimmt immer seine Zahnspange rein, Damit die nicht geklaut wird, Weil die aus Gold ist, Okay, Was haben wir hier, Sitzbereich, Du hast überhaupt kein Klo, Du hast dein Klo vergessen, Das ist mir so oft schon aufgefallen, Dass die Leute einfach mal die Toilette vergessen, Okay, Gut, Schauen wir doch mal hier in diese Richtung, Hier war ich seltener, Alter, Was hier alles entsteht, Steht denn da alles, BND, Bundesnachrichtendienst, Oh mein Gott, Hier wird's politisch, Das finde ich auch krass da hinten, Da entsteht so eine Lagerhalle, Vom Theo, Die ist noch nicht fertig, Aber guckt euch das mal an, Wie geil das aussieht, Mir gefällt sehr gut das Grundstück, Das macht er richtig schön, Toll, Tolles Teil auf jeden Fall, Cool, Ist mir letztens erst aufgefallen, Ich denke so, Was steht denn da Großes rum, Da gucke ich mir das an, Und denke so, What? Ikea entsteht hier, Ach wie nice, Das erinnert mich an Main City, Die 1, Alter, Ich glaube, Das wird derselbe sein, Der hat doch so eine Form, Ich glaube, Das könnte der Original ja sein, Die ganzen hier, Die ganzen Parkplätze hier, Da ist auch noch so ein schönes Haus, Das mit dem Beacon ist so ein bisschen übertrieben, Da muss ich noch mal gucken, Was wir da machen, Die Straße führt, Glaube ich zu Pizza King, Ich glaube, Das war so, Da hier entsteht auch so was Fettes, Wer baut das hier, Ich will mal kurz einmal nur gucken, Bruno, Okay, Interessant, So, Die Straße ist nichts, Guckt euch das mal rechts, Und nix, Wie viel Platz wir hier noch haben, Leute, Das ist alles der moderne Stadtbereich, Ihr könnt hier überall noch bauen, Das ist kein Problem, Aber pro bauen, Ich muss gleich mal gucken, Was die beiden neuen, Hier auf der Map gerade so tun, Oh mein Gott, Was geht hier ab, Dieter Security, Halt, Stopp, Finger weg, Sind wir hier bei Frauentausch, Kein Schritt weiter, Alter, Okay, Guck mal, Er da drinnen, Guck mal, Hat der direkt so eine Security, Pizza King, Okay, Pizza King, Dann, Guck ich da lieber nicht hin, Wenn schon die Security hier steht, Dann heißt das für mich bestimmt, Dass ich da nicht hin darf, So, Komm, Was machen die beiden neuen denn da, Bitte macht keinen Mist, Ey, Was geht ab, Torch, Nur nicht angefangen zu bauen, Hm, Eine Minute, Kriegst du doch von mir, Was sind wir denn eigentlich, Hier muss ich gerade mal gucken, Ach, Hier, Alter, Hier ist der Flughafen, Vom Semi und Chaos und OL, Auch richtig unnormal, Auch zwei coole Häuser hier wieder, Das soll eine Achterbahn werden, Ah, Der geile Diner ist da auch noch, Heftig, Deftig, Ihr seht ja Leute, Was hier alles so krass ist, Entsteht hier, Mein Stadion muss ich auch noch ein bisschen weiter bauen, Aber, Ich hab da gerade nicht so viel Zeit für, Weil ich hier alles erstmal zeigen muss, Da ist auch noch was Neues, Ach mein Gott, Hier gibt es so viele Sachen, Und es entstehen auch immer ständig neue Sachen, Da muss man mal gucken, Dass man überhaupt da hinterher kommt, So, Und hier stand ich letztes Mal AFK, Hier haben sie mir so eine, Schilderparade hingeknallt, Screenfahren, AFK, Moderator, Mase, Ach, Okay, Okay, Oh mein Gott, Das erste Mal dabei, Mag dich sehr, Ich liebe dich, Screenie, Gürkchen, Äh, Ich auch, Äh, Mattamchen, Alter, Kommt, Ich gebe dir einen Platz zum Bauen, Alles klar, Sag bitte, Wo ich, Habe, Keinen Plan, Wo das passt, Okay, Keine Ahnung, Bauen, Okay, Überall, Such dir Zone aus, Ja, Ja, Genau, So sieht es nämlich aus hier, Dann hat er verschiedene Zonen, Wenn ihr nicht Bescheid wisst, Guckt euch das Infovideo auf meinem Kanal an, Oder schaut euch die erste Folge von mir oder EasyGamer an, Da wird das auch nochmal erklärt, Ja Leute, Auf jeden Fall, Ähm, War es das jetzt für diese Folge, Ich würde sagen, Wir sehen uns das nächste Mal wieder, Wenn es heißt, MeinCity3 ist am Start, Ich hoffe, Ihr seid auch am Start, Lasst ein Like da, Und habt noch einen schönen Tag, Bis dahin, Liebe Leute, Ciao, Ciao! Vielen Dank.